Das ist die Maschinengewehrschütze. Ja, die Rolle im Endeffekt, die macht er ganz gut. Genau. Also, dann würde ich sagen, wir machen das so wie bei der Web vorher, bevor wir hier getrennt wurden. Das wird jetzt mal sammeln und bewegen uns ordentlich über 50 Grad davor. Meine Marschrichtung, die ich vorgebe, ist Alpha 7 nach Bravo 6, dann Richtung Bravo 7. Das heißt, einmal so ein Dreieck laufen, fing es mal durch mit Symbolen, so in dem Jargon sieht es dann aus. Ja, was brauchst du jetzt noch an Leuten? Also generell bauen kannst du Supplies wie Spritversorgung und so weiter. Weil, sonst hat er keine Punkte, um einen Einsatz zu schicken. Ich kann eine Panzerabwehrkanone bauen. Ja, du bist ein Panzerabwehrgeschütze, du kannst einen Pakt bauen, aber nur wenn du einen Supply hast. Soll ich dann den Supply übernehmen, also hier unterstützen, dann können wir überall im Endeffekt, aber auch nur wenn Ghost im Endeffekt dann den Pakt abwärmen machen. Na ja, das mache ich immer. Bleibe ich immer. Okay, ja, dann mache ich Unterstützer und laufe die hinterher. Genau, die Kanone, die schluckt viel Material, wa? Äh, 50, glaube ich. Also die Pakt braucht nur 50 und dann halt Punkte, was der Commander oder was wir dann an Einheiten brauchen. So, vergesst nicht T zu drücken, dass ihr mal kurz die Punkte seht, ja? Es geht von bewegen, zu angreifen, zu beobachten. Das heißt, verlinkt bitte rechts. Ähm, wobei der rechte Auge ist der Punkt. Hier ist es. Okay. Dann lass uns mal umgehen. Also gut, okay, nur zusammen. Ich bin hier in den Vorstoß. Das heißt, wir sind im Nachteil. Okay, also... Du kannst aber durchsliegen so langsam. Wir haben, ähm, also Hoffi, du machst dir das Maschinengewehr, oder? Okay. Wir sammeln uns bei Bravo 7, 4. Unterstützer und Ghost ist Panzerabwehr, oder was? Korrekt. Bravo 7, 4 Sammeln. Okay, dann mache ich Unterstützer, im Endeffekt, dann passt das. Ich setze einen Rallye Point. So, dann spawn mal, mein Freund. So, ich würde sagen, Vorstoß auf Bravo 7, 1. Dann sind wir mal ein Block, ne? Eins, andere, ja. So, dann, Vorstoß. Achtung, Holzlager ist unser Feindbesitzung. Und müssen gucken, ob ihr einer rumkämmt. Schützengraben abnehmen. Und Booker prüfen, hier vorne. Booker prüfen. Und Haus prüfen. Dann ist Haus mal ab, eben, und die Lagerhalle prüfen. Komm, und nicht rein. Clean. Okay, wir erobern gerade das Holzlager. Einfach halten. Und eingraben. Soll ich verteidigen zuerst? Und dann wartet auf Befehle, bitte. Okay, 4 gegen 1 ist halt lame, ne? So, neuer Punkt. Cull Trail. Delta. 6. Also nur einen, wir haben nur einen Gegner, ne? Ich glaube, es ist Commander. Delta 6. Ja, auf jeden Fall, es ist kein Gegner, wir haben nur eigentlich, wir haben nur einen Gegner. Zunächst. Noch. So, dann, dass wir ein bisschen Übung haben. Hätte ich gerne auf Delta 6, 8. Ungefähr diese Richtung. Ähm. Deckung. Sollte ich gerne ein Geschutz. Seht ihr was? Nein, aber Schussrichtung ist, äh, ca. 100. Äh, 80. Neuer Richtung, 80. 80. Also, Zielrichtung, 100. Also, ähm, schätzungsweise hier ist, äh, Fangenbelegung. Beide in Pink. Granate. 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 Also, Ruin ist keiner. Ich habe aber einen Selten, äh, Rennseln. Ich bin in der Ruine drinne gerade. Aber nicht wo und. Hey, mal Kompass Richtung sagen, ist am einfachsten. 100, Feindbewegung, Hauptstraße, Richtung Ruine laufend, in Ruine drinne. Ruine. Ruine. Ich hoffe, ich noch mal auf die Ruine schießen. Tim, du bist zu weit gelaufen. Hinter dir. Schuss. Mann. Die sind hinter euch. Scho. Die sind in der Ruine drinne. Ich wurde von links, seitlich beschossen und ihr seid vor, Mio. Da kann das nicht vor uns sein. Scho, Ruine ist hinter die Tipp. Die Hausruine ist hinter dir. Hinter mir? Ja, die Hausruine. Also in Richtung 110 oder was? Es gibt nur eine Hausruine, die hinter die in der Nähe ist. Da war ich gerade drin. Da war das Dach fehlt. Da rennt er rum. So, ich höre gleich 9. Warum? Ja, ich baue 9 gleich. Warte kurz. Ich bin bereit. Ich baue gerade. Ja, ich baue gerade. Ich baue gerade. Outpost steht. 80, 85. Ich nebel. Warte mal brauche. Es sind zwei. Es sind zwei, es sind auf jeden Fall zwei. Ich bewege mich in den abgebrannten Wald. Also Kaltrail ist unser Ziel, ne? Da wo ihr herkommt, irgendwie so ist sicher. Also bis auf das Fabrikgebäude irgendwie so, hier ist alles sicher. Da war nur ein Typ. 30 Sekunden bis neuer Outpost. Tot? Ja, ist mir doch hier. Das gibt's nicht. Welche Position? Garni wahrscheinlich. Hinter euch. Ja, in der Nähe von der Garni. Richtig. Ich bin in der Krater gegangen. Da war ich tot. Ich hab nichts gesehen. Bestimmt im hohen Gras liegt der. Neuer Outpost. Ja, wird ich vorschlagen, der weiß wo das ist. Neuer Outpost steht schon. Gut. Gut. Ich übernehme Kaltrail. Ich bräuchte aber eine Stützung. Ich bin unterwegs. Links oben. Direkt Fabrikgebäude. Onspot. Kaltrail. Direkt oben. Auf 100. Auf 100. 105. Also, bei Outpost vorhin direkt hinlegen. Und up aimen. Kaltrail in untelbarer Nähe ist ein Gegner. Kaltrail in untelbarer Nähe ist ein Gegner. Klausneiber aufpassen, ist irgendwo ein Gegner. Warten, eingraben. Klausneiber eingraben. Der kommt von alleine. Der kommt von alleine. Oh, das reicht's. Irgendwo hier in dem Bereich ist der. Fahrt einfach bis er kommt. Ich spreche von den Trapgranaten. Achtung. Ich hab'n. Ja. Jawoll, guter Mann. Ich smoke' nicht mal ein, ja. Da kam' hoch, wie du's gesagt hast. Das ist gut. Ja, das war einfach ne Geschäfts. Achtung. Das ist smoke. Deine Ganate. Achso, ich will schon sagen. Das smoke. Fast schon. Die Stürmer. Die Stürmer. Die Stürmer. Sie tun sich dann wehbar auf der Luft. er hinlegen ein beschoss aus 130 jetzt wird jetzt wirst du wohl richtung erwarten er kann also hinlegen wieder hinlegen hinlegen alle hier sind alle hier dann zwei mann zum nächsten punkt wir halten hier aber wenn wir nicht machen und wir sind alle auf einen haufen macht ihr uns alle platt wenn da kein druck kriegt das will ich mir nur handgranaten habt alle oberlog laufen also ich bin vorne am haus bin ich im sturm da hat er irgendwo seins kommt und hallo bei mann zu oberlog neuer punkt das blaue das wird immer blau ist schon eingenommen rot ich glaube die falsche richtung ich kämpfe ab zweimal sollen hoch gehen das war noch so und bleiben hier egal so funktioniert ich weiß noch dass man aber zum zum ablenken hier ist er kostet ein erbvon sich verfolgt wo schön kann und ablenken ist ein gegner spook das meine das ablenkungen da ich will kämpfen hätten muss man da auch machen das ist wie camping So, jetzt holen wir noch ein Würstchen raus und baten uns das. Vorne ist Feier, er hat schon wieder ein Feier gemacht. Auf der Sauber, auf der Sauber. Irgendwas so Ding. Irgendwas so, äh, Hoffi, wo bist du? Ping nicht vergessen, ne? Wenn ihr was seht. Gossip ist, ich seh dich. Ich hab dich im Blick. Schuss, Gossip tot. Mist. Bei mir? 160 ungefähr. 160 circa. Da ist ein Unterdrückungssor, ja? Irgendwas so. Ja, genau. Wir müssen ein bisschen auseinander gehen. Ähm, Sniper. Wir müssen ein bisschen auseinander gehen. Wir müssen hochgehen. Hier ist auf jeden Fall einer. Hab ihn. War das nun rechts? 160? Links war der. Hier. Da war der. Eine Position. Aber es sind zwei, glaube ich. Wir sind zueinander ineinander. Bitte, 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 bitte. Hoffi. Weiß mal aus. Ein bisschen. Ja, aufgesuchte Position. Genau, ja. Werst du jetzt ein oder macht ihr nur rum da oben? Ähm. Naja. Manchmal machen wir auch nur rum. Ey. Schau mal drauf an. Manchmal machen wir nur rum. Hehehe. Gut hören ist wichtig. Ich weiß. Nicht so, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Wir brauchen ein Ding, Ding. Hier, sichern den Post, den Punkt. Wir sollen einnehmen oben. Ach so, ach wir zu zweit oder was? Ach nee. Ja, geil. Ich kann doch hoch rennen. Ja, dann bin ich ja hier alleine, ist ja doof. Naja, alles gut. Alles gut, Ding und so. Du müsst auseinanderlaufen, dürft nicht hintereinanderlaufen. Okay, das Ding irgendwie so, das ist so eine Radioantenne irgendwie so, das so ein Ding, ja. Ich kann aber auch den anderen folgen. Snapper. Ich brauche mal einen Marker irgendwie so, wie er es da anmechtet. Drück mal T, der erste Marker. Ja. Ja, das ist der Punkt, den wir einnehmen sollen. Ja. Ja, das ist der Punkt, den wir einnehmen sollen. Mach ich beim Bunker. Mach ich beim Bunker? Mach ich beim Bunker? Ja. 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 Ich folge dir, die anderen können den anderen sichern. Ne, sicher mal den, sicher mal den anderen Outpost. gut. Du musst den Bunker. Du musst den Bunker. Du musst den Bunker. Caltrain. Caltrain oder was? bei 30 30 30 30 30 okay aber verteilen jetzt ja wir müssen alles einnehmen muss drücken ist bei mir sprechen ich meine die anderen wir müssen unbedingt nachher noch das ding im teamstigma oder die tage ich gehe weiter aus dem autobus ich habe ihn bei beim dach ich habe mir aber geteilt persönlich habe ich ihn eliminiert habe eine person in der nähe des haus des dachs ist auf ich bin so weiter markieren hat er dich schon wieder oder was kam aber irgendwie mehr von rechts ich bin da die sind wahrscheinlich in dem gebäude unterdrückungsfeuer auf die rechte position irgendwo so rechte flanke alles rein ich weiß nicht was da geht ich weiß nicht was da geht einfach nur die richten ich werde so hin zu umlaufen die sind in durch klasse er hat mich er sind im hinterhofen im haus das hat auf jeden fall wirkung gezeigt dass wir den so ängstlich jetzt gemacht haben wir auf jeden fall zurückgegangen das meine ich mit druck machen dass die leute sich abmachen ist auch dass die 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 zerstückel ich habe da liegt da liegt da voll zerlegt den typ das gibt es nicht gemacht so jetzt sicher und uns rundum zu Ich bin tot. Richtung Bunker, rechts. Ich bin tot. Ich bin tot. Einfach Outpost spawnen nehmen. Wir müssen uns verteilen. Das bringt nichts, wenn ihr zusammen nebeneinander her lauft. Das macht keinen Sinn. Ihr müsst voneinander laufen. Die zwei holen uns ja einfach dann. Ich hoffe, ich stehe gut. Wir müssen ein bisschen auftrennen hier. Also, Feindbewegung hier an dem Haus. Du musst zäh drücken. Du musst mit anderen sprechen. Der hört dich nicht. Smoke. Wo ist denn unser MG Schützer? Der suchte Position. Ich umgehe weitläufig. Und greife von hinten an. Wenn wir mal fünf Minuten um den Punkt einzunehmen, dann gehen wir vielleicht sogar noch. Oh! Puh! 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 Okay. Okay. Enemy down. Okay. Aber ich suche jetzt den Spawn nochmal. Der muss ja im Bunker sein, weil der war kurz nachdem er in der Nähe sein. Weil der mich nämlich da erwischt. Egal, nehmt einen, nehmt ihr zwei ein, ich gucke hier. Neuer Punkt. Nehmt einen, wir haben den Spawn. Der ist eingenommen. Er ist im Haus. Ne, bist du das, Joe? Wieso den Spawn? Nein, nein, das bin ich hier hinten. Ich bin hier. Der ist bei dir im Haus, wo du bist. Neuer Outpost, ich habe einen neuen gesetzt. Neuer Outpost. Da, im ersten Stock. Haus, Feind. Ich brauche Unterstützung. Auf dem Weg. Bin nur da auf dem Weg, ja auch. Kann jemand einen Marker setzen? Alles klar. Geh ins Haus. Warten. Auf die Unterdrückung. Der hört dich, ne? Der hört dich, wenn du reingehst. Rettung vor Stand. Tod. Da kommt raus. Oben oder unten. Oben oder unten. Erst geschossen. Ganz unten her geschossen. da ist hoch hier erwartet auf jeden fall auf euch macht aber nicht dann halten zwei einfach das haus weil die können nicht erobern und zwei gehen oder ihr schmeißt eine granate durchs fenster ja erst das obergeschoss da sitzt der direkte der wartet euch ja der wartet auf der treppe ja dann zwei halten den overlook die 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 Ich habe neun Outpost gesetzt. Ich habe neun Outpost gesetzt. Habt ihr ihn? Ich habe neun Outpost gesetzt. 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 Ist das jetzt euer Ernst? Ich bin alleine? Ich habe neun Outpost gesetzt. 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 Ein Beschuss. Ein Beschuss. Auf Anhöhe. Ich denke mal auf Anhöhe sind die. Ich versuche die mal zu jagen. Ich versuche dich mal an den Punkt zu verschanzen. in der Nähe dort. Das ist so, dass du eroberst. Ich versuche die anderen zu überrennen von denen. Wenn der neun raus auf Anhöhe ist, dann kommt die etwas auf Anhöhe an. Das ist so, dass du eroberst. Ja, die anderen zu überrennen. Und da noch einen Weg zu wiederholen. Und da noch nicht fahren. Und dann, dass du dich da vorst. Und da kannst du dich für dich. Und da kannst du dir. Ja, was du hier an mit einem Tag ist. Und da kannst du dich. Wenn du dich? In dieser Richtung kommt er. Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe, aber er ist dort. Er rennt oben auf dem Hügel rum. Ich bin weg, abonniere dich. Du musst nur den kürzesten Weg nehmen. Und der andere hört dich immer noch nicht. Ich setze gleich einen neuen Spawn, ja? Jo. Die erobern gerade zurück. Haben die Narbe eingenommen. Ihr rennt aus dem Ziel raus, ne? Würde ich nochmal sagen. Ihr seid nicht im Kreis. Ihr müsst im Kreis stehen, ne? Damit die einen nehmen. Neuer Outpost. Neuer Outpost. Neuer Outpost. Recht nah. Wie doch? Ich denke, ich sehe dich zwar. Aber ich versuche gerade die Gegner zu erkennen. Aber ich sehe sie gerade nicht in der Höhe, wo du bist. Ich denke, siehst du nicht. Ah doch, stopp, bleib liegen. Warte, er kommt. Er kommt, der ist hier gleich in der Nähe. Er kommt runter, berg runter. Da ist er, da ist er, ich sehe ihn von hier. Greif an. Er guckt nicht hin. Ach, scheiße. Warte. Auf jeden Fall dort, wo ich hinfänge. In dem Bereich ist er. Da ist er. Hau ihn weg. Jawohl. Erledigt. So, den anderen sehe ich nicht. Sind wir hier alleine oder? Ich weiß nicht. Wo ist unser Team, ey? Ja, die sind hinten. Ich glaube, wir spawnen. Die leben hier unten. Ich verschiebe mich gerade ein bisschen, damit ich besser gucken kann. So, also in den Bunker könnt ihr die mal versuchen einzunehmen, wenn das geht. Ja, ich bin jetzt am Punkt, wo man einen nehmen kann. Also mitten im Kreis. Besten in den... Ja, okay. Ich versuche, die irgendwie zu verschanzen. Jo, schon passiert. Ich versuche, mich mal durch zu bewegen. Ja, so ist. Alleine sind wir doof. Äh, ich versuche, näher zu kommen. Oh, bitte. Okay, die sind auch hinten bei mir. Ja. Mein Ziel, mein Marker. 100 Meter. Genau mein Marker. Ping. Der bringt gar nichts. Ich komme zu dir, aber ich fahre gerade durchs Wasser. Ne, wenn überhaupt, ist das Gossip. Und ansonsten sind es Feinde. Scheiße. Immer hinter dir. Die sind so nah. Bleib stehen. Die sind so nah, alter. Bleib stehen, bleib stehen. Lass sie einfach laufen, lass sie einfach laufen. Scheiße, tot. Ja, so ein Kram. Ich bin ruhig, am Bungo. Ich gebe Unterstützung. Oh, ist das spannend, ja. sondern ich gebe auch nicht. Vorsicht groß bevor du vorläufst da sitzt irgendwo links von uns eine oben irgendwo auf dem berg der renten baum hoch macht das vogel hängen sie rum bei der artillerie beim punkten des bunkers rennen so um die haben sie auch einen auspuss gebaut so so Süd in die Richtung von, äh, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Machen wir mal einen Punkt. Ein neuer Spawn steht, können wir ja noch Deckung geben. Ich versuche mal zu pingen. Da ist einer am Bunker. Ich glaube, ich habe ihn, bin mir aber unsicher. Ich verdenke nochmal, er ist auf jeden Fall in der Nähe des Bunkers. Ich seh ihn nicht mehr. Das ist schlecht. Ich rücke langsam vor. Halt bewegen hinter euch, bei mir. Hier, 100, hinter euch. Bin dran. Rein, auf Ming. Ich muss warten. Doh. Okay. Ich habe ihn gneift, Junge. Gneift habe ich ihn. Ja. Was habt ihr? Gneift? Gekniffen? Ich habe ihn gneift. Gemessert habe ich ihn. Achso. Krass. Die niedrigste, höchste Erniedrigung, die man machen kann. Richtig. Hatte ich auch schon von hinten. Neuer Outpost. Aber einnehmen jetzt. Wir müssen einnehmen. Ja, ich bin schon Butterflug die ganze Zeit. Irgendwo ein Bunkerer verschanzen oder sowas. Ich höre Schritte. Wenn ihr den Dinger seht, diesen Outpost, einfach... Oh, Trophy hier. Oh, ich hätte dich fast umgebracht. Alles gut, alles gut. Na ja, Schritte. Wie sagt man, es ist schon ruhig, Brauner, ruhig. Tja, da muss da ja noch ein paar Nähe sein, wenn das hier jetzt nicht eingenommen werden kann. Ist wer eingenommen? Theoretisch schon, ja. Nice, okay. Dann verschieben dich zwei wieder auf den nächsten Punkt gleich. Weil, okay, dann muss er Outpost zählt ja noch, ne? Also Tim und Gossip geht zur Scheune. Tim und Gossip? Ja, würde ich auch vorschlagen. Dein Trophy und Gossip. Gossip muss Kalorien proberen. Wir gehen zur Scheune auf jeden Fall. Ja, machen wir. Ja, ich bin dich. Tschüsser. Ich habe ihn genommen worden. Aber ist egal. Wir können den nächsten Punkt ernehmen. Kannst auch mitziehen, mit Vorlauf. Ja, so ein Bunker. Das ist kein... Einnehmen. Ist egal, einfach einnehmen. Einfach zum nächsten Punkt laufen. Sniper, wir gehen zu Hügel 15. Hügel 15. Gehen wir hin? Ja, zwei gehen zur Jagd. Schauen wir. Schauen wir. Sniper für die ist es, der Pfeil mit dem A nach unten. Das ist unser Roman. Der zwei ist das Fadenkreuz. Da an der nächsten Außenposten. Wenn jetzt der eine Gegner und den Bunker jetzt unsere Position wieder einnimmt, den Nabe oder Nabe oder... Das geht nicht, das geht nicht. Okay. Da ist ein Schloss dran. Das ist der andere Spielmodus. Neuer Outpost. Das ist ein Schloss dran. Ich warte, bevor ich draufgehe, bis wir mit drauflaufen, bis ich auch noch da bin. Dann gehen wir zusammen drauf und haben die ein Problem, weil wir es gleichzeitig halten. Noch nicht in den Kreis reinlaufen. Ich habe noch 100 Meter. 160. Ich bin hinter dir. Einer von euch beiden kann mal auf die andere Straßenseite laufen. Hinter mir ist keiner. Okay, ich bin alleine mit dir. Ich bin sehr soweit. Ne, also gut, im Moment sieht es ruhig aus von meiner Position. Ne, im Moment, das sind welche. Okay, geht drauf, geht drauf, geht drauf. Der müsste eigentlich staunt sein. Setz mal ping. Geht drauf. Einfach kurz C drücken, dann siehst du die Bulli-Wegpunkte und die Markierung von mir. Ne, vom G-Knopfing. Das ist ja wie bei James Ryan. Bögel 15 haben wir gleich hergenommen. Bögel 14 eraubert. Infanterie gelegt. Infanterie, wir haben Feinkontakt hier in der Region. Infanterie gelegt. Spügel 15 sicher. Ich legge einen neuen Punkt. Hast du die umgebracht? Ich habe einen gelegt. Einen habe ich niedergehauen. Ich werde einen neuen Outpost setzen. Sicher du den Hügel 15. Sicher dir den. Hier, setz ich den Bunker rein. Hier, dann schützt die anderen beiden. Ich wechsle zu dir, hoffe ich. Aber ich mache langsam, damit ich mit dem Fernglas gucken kann. Ich habe noch 180 Meter. Ich sehe ihn aber auch nicht, muss ich sagen. Nicht zu mir laufen, nicht zu mir laufen, laufen rechts rum. Habe ich einen Panzer? Fragezeichen. Nein, das ist ein Lastwagen. Bei mir ist ein Lastwagen hier. Aber der müsste irgendwo sein wahrscheinlich. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wir gehen zu dritt. Verteilt. Boah, ihr kriegt wieder den schönen Punkt, ey. Zum einen, ey. Er, du musst doch verteidigen erst mal. Wahrscheinlich geht der gerade zu Ghost rüber. Ihr müsst C drücken, bitte. Sniper, wir müssen unbedingt Team-Speak mit dir machen, ne? Das weißt du. Warum denn nur? Also wir nehmen jetzt... Wir wollen mich denn nur? Warum? Ja, weil wir dich... Wir nehmen ein. Wir lieben dich ja auch irgendwie so. Aber ich muss jedes Mal auf C drücken, wenn ich mit dir sprechen muss. Ach so, ihr habt eine Standleitung. Ja, Robin. Fuck, ich wurde getroffen. Jetzt ist mein Irr-Ingbo kaputt. Jetzt höre ich auch nicht, dass ich schreie. Hä? Der Krieg hat dich eingeholt. Mich hat er nicht gesehen. Passt rein. Also, Großhau. Okay, komm raus. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Komm mit, wir gehen weiter. Auf ihn. Das war die Frage, wo der seinen Outpost sitzen hat. Nicht, dass der gleich wieder zurückerobert. Das kann er nicht. War ja ein Schlösser vor Ort. Ich denke, das gilt erst, wenn wir dann den nächsten... Wenn er mir dann den nächsten eingenommen hat. Das ist Vorstoß. Da geht das nicht mit Wieder-Halp-Zug-Erobern. Du wirst ihn angreifen. So, Robin. Wir gehen Holzhälter in der Lage. Die anderen zwei gehen zum Großhau. Wir gehen zum Großhau, wir gehen zum Großhau-Lager. Also, wir sollen zum Großhau, oder was? Ja. Okay. Alles klar. Ich bin zuerst da. Ist er bei dir direkt? Fahrzeug, LKW, rein. Warte, bei mir. Habe ihn gesehen. Ist mein Fahrzeugpanzer. Ja, verstanden. Neuer Spawn. Schritte. Wer ist bei mir? Ah, Gott. Das bin ich. Der Jogger. Mit einem Schweißband. Okay. Da ist hier drüben. Ja, ich werde wieder mit dem Modell. Ich werde mich schossen. Aha. Woher? Links. Ob ich habe Spawn passiert? Ich links sogar noch. Ja, links von dir. Einfach nur, wir gehen direkt auf Holzfäller-Lange drauf. Der hat von unten an Felsen geschossen. Könntest rein theoretisch eine Granate nach links unten schmeißen. Jetzt höre ich ein Auto. Das ist eine Granate nach links unten. Markier mal. Ich schmeiß da hin. Auf hier am Start? Ich höre einen Panzer, ne? Wo gehst du hin? Das ist ja nicht alleine. Hier ist ein Auto. Hier ist ein Auto. Ja. Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Ja doch, aber gehört der uns? Nee. Ausfälle. Markier mal. Ich sehe ihn ja nicht. Ich bin aus dem Posten zerstört. Du musst in den Näh des Außenpostens laufen, dann geht er von alleine kaputt. Ich bin verrückt. Hier ist es. Ich muss noch 60 Sekunden warten, bis ich das Ding bauen kann. Auf die Kräfte schon mal. Panzer. Panzer. Panzer auf Ping. Ich bin scheißer. Oh, Scheißer. Nein. Bitte nicht. Jetzt haben wir ein richtiges Problem. Die haben einen Panzer, ja. Jetzt müssen wir rennen, alle. Zum Ziel. Hier greift es. Hau an. Ging es an Rotau an. Und hier holst du da lang. Aber da ist noch ein neues Abbruch. Oh, nee. Einen Moment. Nicht schießen, egal wer. Wer schießt denn da gerade? Nicht schießen. Hier. Linh Lung. Oder wie auch immer. Hör auf. Oh, Linh Lung. Bitte nicht. Linh Lung. Ja. Outpost. Ist es? Linh Lung. You don't. Please. Please don't shoot. Don't shoot. Don't shoot. Don't shoot. Don't shoot. Don't shoot. Oh, wie bist du in Position? Er wartet, bis du in den Kreis einstitzt. Ich gehe jetzt zusammenrein. Ich komme von links und du bekommst von rechts. Soll ich den Panzer umgehen? Äh, Schäfer, äh, hier. Ich könnte, äh, auf... 100 Meter? 100 Meter? Ja, nee, äh, nee, äh, nee, warte mal, kann ich den überhaupt markieren? Ich habe Xing-Shang-Shong hier, das sehe ich hier. Also geh mal drauf. Xing-Shang-Shong ist... Er hat mich angeschossen, dieser Idiot. Was ist bei dem los, Alter? Toll. Kacke. Oh nein, wir haben hier... Wollte ich gerade sagen, oder so. Oh nein. Irgendwo so, wir haben hier... Oh nein. Wir haben hier... Wir haben hier... Feindlichen Panzer. Dann, ähm, der Sniper ab, ich nehme einen. Nein, nein, kämpf du, kämpf du da oben, ich bleib hier inzwischen in den Silos liegen. Dann, ähm, kann ich es in Ruhe erobern. Ich kann dir aber sagen, wenn hier einer rumbringt, der Humboldt. Das wäre nämlich da, wird, ähm... Dingens. Ich komme jetzt mit Xing-Lu. Habt ihr Feindbewegung da oben? Ungefähr aus, äh, nördlicher Richtung, höre ich Feuer. Ah, sorry, haben wir. Bloß nicht zu mir kommen. Gar nicht. Kommt gar nicht zu mir. Ich hab direkt auf der Kreuzung, hab ich einen Panzer stehen. Ich höre wieder was? Oh mein... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020